Es gibt eine neue Wunderspritze, die ist zurzeit noch nicht in Europa zugelassen, aber die Zulassung wurde gerade beantragt. Es handelt sich um das Medikament Semaclutid. Und damit soll man 15 Kilogramm abnehmen können. Da werden wahrscheinlich jetzt viele sagen, oh, cool, ich spritze mir sowas. Anscheinend muss man sich das regelmäßig spritzen. Also es ist nicht nur eine Spritze, sondern muss das sich regelmäßig spritzen. Und dann haben Probanden in einer Studie 15 Kilo abgenommen, während dieser Studie, durch diese Spritze. Was ist das überhaupt für ein Medikament? Das ist ein Diabetes-Medikament, die sich Diabetiker spritzen müssen. Und die haben dann festgestellt, dass die Leute dann extrem abgenommen haben. Ist das denn eine coole Sache? Würde ich das nehmen? Ich habe mich ja auch gerade so während Lockdown hier in einem Jahr 10 Kilo abgenommen. Bin ja auch gerade dabei, das wieder wegzubekommen. Hole ich mir jetzt so eine Spritze und hoffe, dass das ganz schnell geht? Nein, mache ich natürlich nicht. Ihr kennt mich. Man kann ja bis zu einem gewissen Grad das selber wieder gut hinkriegen. Wenn man jetzt noch keine chronischen Erkrankungen hat, ganz schlimm fertig ist und wirklich medikamentöse Hilfe braucht, auch ärztliche Hilfe braucht, dann kann man selber seine Gesundheit natürlich sehr gut wieder hinkriegen. Indem man Kalorien reduziert, indem man sich mehr bewegt, indem man darauf achtet, seinen Stress zu reduzieren. Da geht es ruckzuck und gut. Also ich kann, wenn ich mich anstrenge, ein Kilo pro Woche abnehmen. Gesund sind sicherlich irgendwie 0,5 Kilo pro Woche dauerhaft, aber ich bin relativ groß und relativ schwer. Kilo pro Woche ist für mich machbar. Also kann ich zum Beispiel, was ich, in zwölf Wochen auch zwölf Kilo abnehmen. Und ich fühle mich natürlich auch besser, meine Blutwerte werden dadurch besser und so weiter und so fort. Für welche Leute wäre denn so eine Spritze was? Halt für Leute, die sich mit Ernährung nicht so auskennen, vielleicht wirklich auch zu faul sind. Die Nebenwirkungen scheinen noch überschaubar zu sein, aber nur die kurzfristigen halt. Weil jahrelang hat man das natürlich jetzt auch nicht getestet. Und die kriegen dann sehr starken Durchfall oder Übelkeit. Ja, muss ich mich nicht wundern, warum ich da vielleicht abnehme. Aber das scheint zu funktionieren. Ich habe mal eine kennengelernt, die war auch hier Zuschauerin von dem Kanal. Die habe ich hier beim Einkaufen getroffen. Die hat ein Magenband sich einsetzen lassen. Die war so stark übergewichtig, dass sie sehr, sehr große Risiken hatte zu sterben, weil der Körper so dermaßen auf die Organe gedrückt hat. Auch beim Liegen oder so kannst du dann nachts nicht mehr schlafen, brauchst irgendwie Beatmungsgerät oder sowas. Da macht es natürlich Sinn, da mit einer Operation auch einzugreifen, um das hinzubekommen, dass man schnell abnimmt und vor allem, dass die Disziplin nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Solange man aber halbwegs noch bei Verstand ist und fit ist, dann kann man das sehr gut selber hinkriegen mit dem Abnehmen. Viele Leute in dem Kanal, die haben ja schon geschrieben, dass sie durch die vegane Ernährung und gesunde Ernährung sehr, sehr viel abgenommen haben, sich jünger fühlen, fitter fühlen, jetzt Marathon laufen oder irgendwelche anderen Sportarten machen, sich glücklicher fühlen. Ich kann nur an alle appellieren, auf eine vollwertige pflanzliche Ernährung umzustellen und wenn man mal wirklich so eine Zeit hatte, wie jetzt ein Jahr Krise hier in Deutschland und ich habe zu viel Chips gegessen und ich will 10 Kilo abnehmen, dann macht man mal eine Kur, ich mache gerade so eine Fastenkur mal ein paar Tage, danach will ich wieder in dieses Clean Eating reingehen und meine Kalorien auch zählen und dann habe ich das auch geschafft zum Sommer, dass ich wieder eine gute Figur habe, dass ich mich wohlfühle. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist auch nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen zunimmt und dann wieder abnimmt, das ist auch nicht so schlimm, aber es ist natürlich besser, man hält sein Gewicht, indem man halt einfach gesund isst und sich viel bewegt. Ich wünsche euch alles gut, ich hoffe, ihr müsst so eine Spritze niemals nehmen und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!